Herzlich Willkommen hier zu 3Core, ich bin euer Floschi und präsentiere euch das Need for Speed Most Wanted in Let's Play von der Empathe 46 10-10, er blockiert mich 10-10, er blockiert mich 10-10, er blockiert mich Alle Einheiten zum Eingreifen, wieder reinhalten, seid wachsam und achtet auf Verkehr. Wiederhole, wachsam sein und auf Verkehr. Mein richtiges Fahrzeug ist durchgebrochen. An alle restlichen Einheiten, letzter Sichtkontakt zum Fahrzeug in Richtung Osten auf der Abfahrt Valley. Die Straßensperre hat nicht funktioniert. Die Straßensperre hat nicht funktioniert. Die Straßensperre hat nicht funktioniert. Verdächtiger ist weiter fürchtig. Die nächsten Jahre eins, der Verdächtige kommt nicht durch. Wir haben die Strecke vor ihm abgesperrt. Die Straßensperre hat nicht funktioniert. Die Straßensperre hat nicht funktioniert. Die Straßensperre hat nicht funktioniert. Coop 6 ist kollidiert. Wir blockieren ihn. Komm schon. Hopp, 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 hopp. Keine Müdigkeit hier vortäuschen. Wir haben ihn in Zentrale 10.36. Der Verdächtige hat uns vom Wagen gerannt. Einsatzwagen verloren. Wiederhole, Einsatzwagen verloren. Ich habe zwar keine Ahnung, wieso das hat man mit Polizei gerade so dinglich ist. Fahrzeug fährt durch die Straßenstelle. Fahrzeug fährt durch die Straßenstelle. Fahrzeug fährt durch die Straßenstelle. So, 15 Dinger sind wieder da. Sollten wir das ja jetzt eigentlich etwas schwerer haben. So, Stufe 4 Leute, der Helikopter ist jetzt dabei und die Nagelbettelrette. Jetzt wird es erst recht schwer. Wir sind jetzt auf Alarm Stufe 4. Da war schon mal eins. Nein! Oh, scheiße. Für Unterstützungseinheiten gilt Entwarnung. Neue Einsätze findet ihr auf den PDTs. Ja, Leute. Auf ein neues, würde ich sagen. Erstmal schnell flüchte ich und dann... Zentrale, Echo 24. Hab ihr einen gesuchten Verdächtigen? NCLC positiv. Es besteht Furchtgefahr. 496. Ich stoppe das Fahrzeug. In Ordnung, komm. Zentrale, verfolge verdächtiges Fahrzeug. Er versucht zu entkommen. Zentrale Unterstützungseinheiten. Fahrzeug wurde zuletzt gesehen in östlicher Richtung am Riverfront Stadion vorbei. Sektorsperrung wurde genehmigt. Zusätzliche Einheiten werden zur Verfügung gestellt und dem Perimeter zugeteilt. So, hätten wir das auch schon mal geschafft. Hier Charlie 15. So, ich hab's geschafft zu flüchten. Aber trotzdem fehlt uns ja noch einiges an Kopfgeld. Wollen wir mal gucken. 200.000 fehlt uns noch. Ja, das wollen wir uns ja mal besorgen. Das. So, dann holen wir uns mal einen Meilenstein. Was war's jetzt nochmal? 75.000 und 50.000? Ja. Müssen wir denn wohl durch. Starten wir nicht. 4. Ist gut. 5. 2. 3. 4. 5. 1. 6. 8. 5. 10. 6. 7. 8. 11. 6. 10.39, ich bringe ihn zum Fördern, wiederhole 10.39. Ich brauche mehr Einheiten für den Einsatz, schickt alles für Fahrt her. 10.4, Delta 21. Habe Bodeneinheiten für euch frei, sind unterwegs durch. Wenn wir zu sein, lassen Sie sich nicht entwischen. Der Helikopter ist auch schon da. So, jetzt muss ich nur noch Sachschaden überurteilen. So, jetzt muss ich auch gleich. Träfisch auch gleich. Träfisch auch gleich. Wie fühlst du dich? 10.39, Alpina unterstützende Zwecke. Brauche sofort kurz einverstarten. Was war er auf? Wie besser, wir schnell gehen, wir beschädigen. 5.60. Ich glaube, die neue, sobald er langsamer wird. Z Roden, wir versuchen ihn nach links abzubringen. Wir haben eine Pakade mit der Brüte ausgelegt. Der richtige Fahrt auch jetzt durchgebrochen. Okay, wir werden das noch verdraco. Ratsch auch noch vorbereiten. Das erwartet. Ich brauche mehr Einheiten für den Einsatz. Schickt alles sofort her. Ich sehe das weiter nicht mehr. 2-3, melde mich wieder. Alle Verdächtigen verlieren. Schickt Einheiten, die das Gebiet durchtrennen. Komm schon, komm schon, komm schon. Alle Einheiten im Grundkreis. Der kurz 6 Verdächtige wurde zuletzt gesehen. In östlicher Richtung, auf der Abfahrt Valley. Sichtkontakt zum Verdächtigen ist noch nicht lange abgebrochen. Einsatzleitung erbittet Absperrung um das unmittelbare Zielgebiet sowie westlich der letzten bekannten Fahrtrichtung. Somit hätte ich das auch geschafft. 10-4 Zentrale. 3 Delta 10-Zone- und Luftunterstützung an. Das ist ein verwendgroßes Gebiet. 400.000 Kopfgeld. Somit sollte es geschafft sein. Ich habe gehört, dass Casey ein Rennen gegen dich will. Das Mädel hat sie nicht alle. Nimm sie dir vor und mach sie fertig. Das werde ich machen. Ich bin eben mal schnell hier zum Unterschlupf gesprungen. Auf die Schnelle vorhin. Und dann wollen wir jetzt mal auf die Karte gucken, wo denn unsere Kremikaze ist. I'm loading, loading. Dort oben ist es ja nicht so weit. Den fahren wir da mal eben schnell hin. Das war's beim Fahrt 46. Weiter geht's mit 47. 2 luôn. 270. Ich mache jetzt mal bei 42. lease-innen und kniffen 2². Für die quererin. 3-25.